Hallo? Okay, das funktioniert anscheinend noch nicht. Ich kann noch ein bisschen rausballern, wenn du möchtest. Abdrücken? Ja. Woah! Alter! Bist du mich verarschen? Der steht auf dem Dach und... Arschloch. Schießt für den Raketenwerfer. Was ist das denn schon, Glenn? Ich hab schon einen Kill, Franz. What? Ich hab zwei... Was spielen wir denn eigentlich? Äh, Liebes... Abenteuer in Sherwood Forest heißt das, glaube ich, das Spiel. Oh, geil. Oh, ich hab den voll in den Kopf geschossen! Und den in die Eier! Nachladen! Oh Gott, hier sind so viele Leute. So, warte mal. Ich versuch dir jetzt nochmal Munition zu geben. So. Warte, ja? Hast du? Unterstützen? Vielleicht musst du eh drücken. Linksklick. Oh, ja! Munition! Weißt du, was ich für dich habe? Was denn? Moment. Nichts. Ich habe tatsächlich nichts für dich. Das tut mir leid. Geil. Das ist ja blöd. Okay. Ähm. Ich gebe dir... Ähm. Okay. Nichts. Okay. Oh, 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 oh! Vorsicht! Rechts von dir! Lalalalalala! Ich habe ihm den Kopf geschossen. Übers Schild. Geil! Vorsicht! Boah! Ich, ich... Oh mein Gott! Ja, na mehr oder weniger. Ich versuch die hinten auszuschalten. Okay. Aua. Da waren Scharfschätze, der hat mich geschossen. Wo ist der denn? Weißt du das? Oh mein Gott! Der bähnt mich! Willst du mich verarschen? Ach, hier oben sind ja auch noch welche direkt. Alter! Bitte? So ne Kacke! Bitte, du bist tot? Ne, aber gleich. Achso. Glaub ich. Wobei doch, jetzt ist wieder alles gut. Nö. Mal kurz eine grenzlige Situation. Boah, was... Äh... Bist du da? Franz, hallo? Warte, ich muss nachladen, Basti! Hallo, Basti! Au! Warte, ich gebe dir mal nochmal was. Juhu! Danke. Geht nicht. Okay, dann brauche ich nicht. Aber ich kann mir was geben. So. Was bist du denn für ein Nazi-Cop da hinten? Ich? Ne, hier er, an den ich vorbeigeschossen habe. 16 Kills steht bei mir. 16 Kills... Also wir spielen Warface, falls ich das noch nicht gesagt habe. Nee. Wir spielen Warface. Warface. Also Kriegsgesicht. Warface. Das Gesicht des Krieges. Krieges, 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 Krieges. Alter! Wo kommt ihr denn immer plötzlich her, alle? Das können wir nicht machen, ey. Äh... Wo kommt ihr immer plötzlich her, ey? Das können wir doch nicht machen. Dörp! Können wir echt nicht machen. Schlafschütze, ich habe ihn. Sehr gut. So, Munition. Total... Belastend. Was ist hier los? Brauchst du welche? Nö, ich... Hallo, ich habe Munition! Hier, Munition! Oh, danke schön! Willst du mein Gewehr? Willst du mein Gewehr kommen? Oh ja, ja, ja. Warte, ich gebe dir meins. Oh, bitte! Oh, geil! Hier, Kugeln! Kugeln für dich! Ich habe auch Munition für dich! Hier ist einfach... Hier haben sie einfach eine Decke reingebaut. Hahahaha! Wasti, willst du noch mal... Du seid irgendwie unerwartet. Willst du noch mal in mein Gesicht schießen? Warte. Für die Leute, die bei dir schauen. Okay... Lau, 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 Lau! Lau, 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 Lau! Das ist Gesichtslaschengebnis... Ach, übrigens, äh... Ja? Haha, Meisterschütze! Was? Da stand eine Flasche im Fenster. Du kennst das doch immer! Kann das sein, dass wir uns gegenseitig tatsächlich was abziehen? Mir geht's gar nicht gut irgendwie. Und ich regeneriere gerade auch absolut nichts. Ja. Jetzt. Zu jedem Checkpoint. Ja, ja, bei jedem Checkpoint, weil wir Supersoldaten sind, die an jedem Checkpoint... Granate! Oh Gott! Bup. Eier schießen! Oh, warte, er ist noch nicht tot. Danke. Oh, von hinten. Was? Warum? Verprügeln ihn! Komm, wir verprügeln ihn! Ey, nicht von unserer Hut, ja? Ich hab dich, glaube ich, beschossen. Ist egal, ist egal. Woher kommen die denn immer? Mann, die waren noch hier hinten. Dieser taktische Shooter hier. Unglaublich. Da muss man tatsächlich immer taktisch vorgehen. Ja, ist das eigentlich rollenbasiert hier? Also, ich meine, rundenbasiert, nicht rollenbasiert. Rundenbasiert? Ich bin mir da nicht so sicher. Hallo? Hallo? Oh! Okay. Das ist gut. Wenn du oh rufst, dann weiß ich, dass da jemand ist. Oh! Ja, das ist das offizielle Zeichen. Was siehst du? Siehst du? Geh mal zur Seite. Hier. Äh, nach dort. So? Ja, und guck mal hinter dich ins Fenster. Warte, warte, warte. Lass ihn jetzt mal. Das ist viel wichtiger. Welches Fenster meinst du denn? Äh, das, was zu mir guckt quasi. Das zu deiner linken. Das hier. Nee, das andere. Genau gegenüber. Das hier. Nee. Das. Das hier. Genau. Ja, das ist eine Glasflasche. Gewesen. Alter, ey. Na, ich hab nicht umsonst die Sniper Rifle. Ja, wenigstens hab ich hier so einen Skiller im Team. Das ist echt schön. Das sind nochmal zwei Flaschen. Moment. Ich geb mir währenddessen nochmal ein bisschen Munition. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hier Munition. Bitte schön. Du kannst mir doch jetzt nicht Munition geben. So, sind alle schon tot. Ist doch alles gut. Komm mal, Franz. Franz. Komm mal her. Ja, Moment. Siehst du hier die zwei Flaschen? Bitte? Ich kann nur eine von uns sehen. Tut mir leid. Wow. Äh, ja, sehe ich. Was ist das? Hast du es gesehen? Äh, die Flaschen stehen bei mir noch. Deswegen bin ich... Was? Wirklich? Ja. Die stehen bei mir noch. Nee, bei mir steht nichts. Ja, das, äh, der Zwarf Schieße. Ha! Oh, nee. Hi. Verdammt. Ich weiß nicht, wer war das Geschlecht mit dem Penis? Äh, Ski. Ski, ja. Mail. Richtig, deswegen Ski-Mail. Deswegen bin ich ein Mann. Schädeljäger. Ich wurde von Fresh-Fans geschützt. Das sagst du was hier. Du sagst aus wie Superman. Den kleinen... Komm ich hier hoch? Nein. Das war's nicht hinter dir. Au! Ja, hab ihn. So eine Scheiße. Den Schützen hat's erwischt. Scheiße. Oh mein Gott, schon wieder eine Rakete. Diese Raketen. Mann, ich bin kein Panzer. Basti, die denken, ich bin dick. Was? Ja, sonst schießen... Die schießen mit Raketen auf mich. Was? Das ist eine Arschlänge. Ja, das war voll ins Gesicht, ey. Vorsicht, links am Panzer kommt er vorbei. Äh... Links am... Hinter dir? Hab ihn. Okay. Ich bin wirklich gar nicht so schlecht. Und den hab ich in die Hand geschossen. Ah, Hilfe, Hilfe. Wah, 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 wah. Ne? Was? Willst du mich veräppeln? Ich krieg ihn nicht durch. Arschloch. Warte, ich muss den da hinten noch töten. Ein Arschloch. Warte. Oh, sehr gut gemacht. Komm her. Ich helf dir mal auf. Danke. Ich hab dich gar nicht angefasst. Übrigens. Ist es will ich ja wohl hoffen, ey. Meine Mama hat gesagt, mich darf niemand anfassen. Gib mir mal Munition, bitte. Bis ich verheiratet bin. Wo bist du denn? Basti, gib mir mal Munition. Also, du rennst hinter mir. Ist doch nicht was. Basti. Sterbt, ihr scheiß Melonen. No, ihr habt viel zu viel Wasser. Guck. Jetzt immer noch. Kannst du mir Munition geben? Oh mein Gott. Hast du denn Granate geworfen? Ja. Wohin? Ach, einfach da so in die Richtung. Alter. Oh, ich könnte dir in den Kopf geschossen haben. Oh, du bist ja fast tot. Du bist tot. Leertaste, Wiederbelebungsmünze. Maus 2. Ich kann... Oh mein Gott. Wiederbelebungsmütze. Mütze. Kaufen. Nicht genug Geld. Ich kann nicht mehr mitspielen. Ich darf nicht mehr mitspielen. Wie, gar nicht mehr? Ne. Vielleicht beim nächsten Checkpoint. Ich versuch das mal. Du hast mir auch keine Mun gegeben. Nö. Du bist ja weggelaufen von mir. Wer von mir weggeläuft, bekommt keine Mun. Also, jetzt sind wir ehrlich. Oh Gott, wo ist denn der nächste Checkpoint? Ich weiß nicht. Auch nicht. Ich sehe nichts. Ich habe null Mun. Also, ich habe irgendwie 36 Schuss mit der Pistole. Und jetzt kommt hier eine Welle. Okay. Kannst du wenigstens zugucken oder sowas? Ja, ja. Ich kann mir die zu gucken. Hi, in die Eier. Oh, der ist noch nicht tot. Ne. Eierschluss reicht halt nicht. Ich verschieße halt nur eine ganze Munition im Nichts. Melonen. Können mich die Melonen... Oh, ich habe auch keine Granate mehr. Oh, ist das ätzend. Boah, was? Von hinten kommt einer mit einem Raketenwerfer. Ich glaube, die Mission ist vorbei. Ich glaube, es wird schwierig. Wasti, ich brauche dich hier. Komm her. Ähm. Komm. Okay, ich setze mich einfach auf den Finger. Two in the pinkie, one in the stinky. Ja. Dörp. Oh, fünf Schuss. Awesome. Aber... Okay, pass auf. Ich versuche es jetzt nochmal, äh, Checkpoint zu finden. Da. Oh, die Evakuierung schon. Nein. Das ist doch gut. Dann renne ich einfach hin. Da rechts. Da links. Oh. Das war ärgerlich. Du bist voll verfrügelt. Ach so ne Scheiß. Ja, ähm, Leertaste. Nein. Nee. Nee. Nächster Teamkamerad. Ja, schade. Wir sind jetzt. Wie, wie. Ah, jetzt. Gut, haben wir ja schon mal die erste Mission erfolgreich abgeschlossen. Aber wir leben noch. Wir sind, wir sind nur... Wir weinen nur. Ja, wir weinen nur. Siehste, ich bin Assassin's Creed Spieler. Ja. Ja. Ich bin, keine Ahnung mehr. Sehr ärgerlich. Na, äh, wollen wir nochmal? Ja, ja, lass uns einfach nochmal. Direkt? So? Ja, ja. Okay. Nächster Rang Cadet Junior. Oh je, 48% hab ich da. Tito. Oh, wie auch. Wir sind krass gleich auf. Wir sind krass gleich auf. Ist krass, ne? Ich bin voll jung und bin schon genauso weit wie du, obwohl du schon 88 bist. Äh, das Ding ist, ich bin Lehrer gewesen für Sozialkunde. Oh, was haben wir jetzt geklickt? Weiß nicht. Warbox. Hol dir Verbesserung. Ich... Kann ich mir Verbesserung holen? Keine Ahnung. Äh, du kannst jetzt mal auf Sniper gehen, wenn du möchtest. Soll ich? Ja, mach mal. Ich geh mal auf Sniper, okay. Es ist cool. Ich bin bereit. Sniper ist hier ziemlich cool, finde ich. Okay. Okay, wir starten einfach. Ja, ja. Direkt die gleiche Mission. Ja, natürlich. Es wird sehr interessant. Jetzt mal gucken, ob was Neues passiert. Na klar, wir werden nicht sterben. Können wir uns direkt die KI mal anschauen, wie krass gut die ist. Mhm. Die wird bestimmt jetzt plötzlich ganz anders handeln. Ja. Die wird uns sofort verprügel. Nicht erst auf uns schießen. Wir rennen einfach auf uns zu wie Lemminge. Oh, drücke im Sprint F, um zu sliden. Weil fliden. F soll man dann drücken? Mhm. Steht hier. Drücke im Sprint F. Okay. Dann drücke ich im Sprint F. So, jetzt. Ruckel, ruckel. Ruckel, ruckel. Spiel startet. So, jetzt irgendwo werden die... Da. Und jetzt hier auf den Dächern sitzen. Ich sehe sie nicht. Moment. Hier unten. Wow. Geh mal ins linke Fenster, Alter. Chill doch mal. Wir müssen alle Blackwood-Truppen eliminieren. Treff nichts ein. Alter, das ist unglaublich. Wow. Sehr gut. Hallo, Freunde. Yeah. Vorsicht, hier unten ging jetzt richtig die Luzi ab, als du runtergesprungen bist. Wir müssen jetzt eine starke Blackwood-Trends in diesem Gebiet. Eure Mission ist jetzt, möglichst viele feindliche Truppen auszuschalten. Oh, hast gehört? Wir müssen möglichst viele feindliche Truppen ausschalten. Okay. Dann hast du einfach hier ein bisschen chillen und alles ausschalten. No, die kommen ja selbst, ne? Au! Ja. Jetzt schon kein Mund... Mäh. Mäh? Kann ich dir nicht? Mäh, 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 Tät, Tät, Tät. Ach, nee, guck mal. Was ist denn da los? Links von dir! Warte, ich habe ihr voll in den Kopf geschossen, Alter. Da wird sie mich veräppeln. Ja doch, er ist ja tot. Boah, die zerschießen die Tonkrüge hier. Sind die verrückt? Nee, ey, das sind doch die Ming-Ming-Masen hier. Hier, ich gebe dir... ...eine auf die Fresse. Wieso kann ich hier keine Moon geben? Weil ich, glaube ich, noch nicht genug verschossen habe. Warte mal. Oh, bis sie helft. Jetzt? Warte, ich muss hier hoch. Wupp. Und wupp. Warte, ich komme runter. Nee, 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 hier unterstützen. Da. Oh, ich habe sie dir auf die Füße geworfen. Tut mir leid. Ja, das ist kein Problem. Jetzt habe ich halt keine Zehen mehr. Hier kamen jetzt irgendwie Leute von überall. Ja. Auch von hinten, woher kam der denn? Verstehst du? Au! Oh, Vorsicht, das sind ganz viele Menschen. Ja, ich... Da ist auch ein Scharfschütze rechts. Äh, auch da. Oh, Vorsicht, muss nachladen. Oh, ich bin voll schlecht. Ich bin tot. Ganz tot? Äh... Ja. Was? Du bist so ein Noob, Alter. Wie sehr schießen die mich denn immer komplett? Noob, 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 noob. Na gut. Ich lasse mich auch mal töten. Warte mal, ich rechte dich gerade mal. So, gerecht. Gerochen. So, komm her. Man Mode. Oh. Er teabagt mich. Er hat mich geteabagt. Ja, ich habe es gesehen. Diese Arschloch-Nutte, was soll das denn? Wie ich da liege mit meinem linken Daumen nach oben? Alles gut. Alles okay. Alter, ey. Oh. So, okay, ich mache jetzt nochmal Scharfschutz und jetzt bleibe ich ein bisschen weiter hinten. Ich, äh, chill jetzt einfach mal ein bisschen. Vor allen Dingen machst du mal ordentlich was und nicht nur so ein Quatsch. Was? Guck mal, 62 Prozent, du hast kaum getroffen. Oh, Mann, ey. Los, komm, 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 komm. Ja, das ist mal ein Spiel. Das ist normal. Weißt du, das ist normal. Das ist ein taktischer Shooter, wo man mit vier Leuten spielen kann und wir sind dann zu zweit. Ich, äh, passen sich die Gegner, ähm, zahlen nicht an und Stärke. Bestimmt. Ansonsten wäre es ja extrem einfach zu viert. Findest du? Aber wenn jeder so schlecht ist wie wir? Ja, naja, das ist dann vorbei. Das ist doch aber, verstehst du? Mhm. So, wir schaffen die Mission jetzt. Ja! Wir müssen auch in dieser Folge jetzt noch die Mission schaffen. Ach, das ist immer noch eine Folge. Wie lange geht die denn schon? Äh, Viertelstunde. Oh, läuft. Ja, siehst du, die erste Mission, dachte ich, geht viel, viel länger. Nee, nee, nee. Also, das, was wir... Also, das ist auf jeden Fall mein Ziel jetzt hier in der, ne, verstehst du? Mhm. Ich möchte ja nicht die Menschen hier unbefriedigt im Bett liegen lassen. Ja, richtig. Ähm, wir müssen halt vier Minuten zwei schlagen. Deswegen... Ja. Hier, da hat eine 48.875 Kopfschüsse hier geschafft. 48.000? Ja, das war hier links, ne? Nee, halb, halb, da. Okay. Ah, okay. Wir müssen den Fluss von Öl in Blackwoods Lagerbestände stoppen. Sie dürfen die Wirtschaftssysteme der Welt nicht ruinieren. Na, vor den Fensterrahmen geschossen. Ja, sie, sie dürfen die Wirtschaftssysteme der Welt nicht ruinieren. Das ist, ja, das klingt nach einem vielversprechenden Auftrag, den wir hier haben. Du schießt keine Rakete auf mich oder meinen Kumpel. Und neutralisiert seine Blackwood-Truppen. Wo ist denn hier der nächste Scharfschütze schon wieder? Ach, da hinten. Rechts von dir auf dem Dach ist, ist der Raketenschützer, glaube ich. Oder einer. Ja, Moment. Das gibt doch nicht, dass ich jetzt schon keine Munition mehr habe. Wo ist denn noch jemand? Ach, da. Oh, da oben. Da oben. Ah! Wow, wow, wow. Okay, ja, ja. Tot. Könnte sein, das ist... Sehr gut. So, du brauchst ein Magazin, sagst du? Äh, hab ich gesagt? Hast du dir gesagt? Hörst du nicht. Wo, wo, ach da. Oh, aber ich hab mir keins gegeben. So, jetzt. Okay, ich spring mal runter. Wada, 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 wada. Ich geh auch ein Stückchen weiter runter. Ja. So, ich leg mich mal hin. Ne, ich hopp mich mal hin. Oh, hallo. Schaffst du das? Verpiss dich! Du sollst dich verpissen! Scheiß, Schildträger. So. Wieso Arschloch? Bleib da. Was ist das? Was ist das? Okay. Ich lade gerade mal nach. Ja. Wie sieht es denn aus? Soll ich dich unterstützen? Nö, nö, nö. Ich kann nachladen kriechen. So, ich werde jetzt erst mal mich um die Leute hinten kümmern. Genau. Und ich gehe so weit wie möglich und komme dann zurück. Okay, komme zurück. Weil hier ist nämlich direkt wieder ein Schrotflintenheinzel irgendwie gespawnt. Weißt du? Und da kann ich hier jetzt dafür sorgen, dass... Au! Ich werde so krass abgeschossen, Alter. 10 Kilometer entfernt. Nervig mal. Nervig mal. Ich dachte mal eben nach. Ja. Da müsste doch gleich oben auf dem Dach wieder der Scharfschütze kommen. Wo bin ich denn? Ne, die kommen woanders, glaube ich. Letztes Mal war der Scharfschütze auch irgendwo am Zaun. Oh, hier oben. Da oben auf dem Dach links. Und da ist jetzt auch der Scharfschütze. Passt, ne? Sehr gut. So, äh, da unten ist noch einer. Au, 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 au. Hab ihn. Sehr gut. Ihr, mein Freund. So, Muni, brauche ich. Ja. Oh, du bist schon hier bei mir oben? Das ist ja unglaublich. Ja, siehst du mal, du hättest... Wie schnell du hochkommst, Alter. Die Gegner hättest du gar nicht mitgekriegt. Eier immer auch genauso schnell wieder runter, wa? Sliding! Slidy! Äh. Slidy! Woo! Slidy! Oh. Der Felsen ist tot. Tja. Siehst du mal. Woo! Okay. Bist du soweit? Ja. Weißt du, einfach mal die Eier wegschießen? Du, oh. Alles gut. Wir sind voll für den, Leute. Hilfe! Komm rum. Komm rum und zu Haus. Ja. Bist du fertig hier unten? Ach, ich hab wieder keine Mun. Hallo. Ey, wie schnell diese 120 Schuss weggehen, das ist unglaublich. Schießt hier noch irgendwo jemand? Ach, da unten. Bisschen stumm bist du ja schon. Minimal. Minimal. So, wir holen mal hier Regeneration. Okay. Hier, Granate für euch, ihr Bastarde. Oh, ich hab tatsächlich jemanden getötet. Kam die nicht auch von hinten? Ich meine ja. Ich geh mal rechts rum. Okay. Und, äh, Haus frei. Okay. Willst du, willst du irgendwie ein... Och, guck mal. Äh. Willst du ein Bier? Oder ein Wodka? Das bist du ja gar nicht du. Wow. Hä? Was? Was? Ist der jetzt oben oder unten, Alter? Der stand gerade noch vor mir. Äh, ich hatte gern Wodka, ja? Das fände ich gut. Gut, wir müssen da wieder ins Haus. Hier. Äh. Verschieß mal deine Mun. So, unterstützen. Alles gut. Danke. Gerne. Hier, hier ist er, der Wodka. Und zwei Bier, voll gut. Ach da, Tatsache. Ja. Ich nehm den Hocker. Oh. Ich hab den Wodka zerschossen. Oh, den Teekessel kannst du auch wegballern. Hehe. Teekesselchen. Ach so, wir wollten ja Speedrun machen und so. Ja, genau. Richtig. Wir müssen... Wir sind noch in der Zeit, ja? Ja. Auf jeden Fall. Okay, ab geht's. Was ist los? Was ist los? Oh! Hä? Oh! Oh mein Gott. Bei mir steht die Flasche seltsamerweise noch, wo ich da ein paar Mal drauf geschossen hab. Die schießt die ganze Zeit nur auf die Schosse. Äh, auf die Flasche. Nicht auf die Menschen. Das erklärt, warum ich die Kills krieg. Oh shit, ich hab keine Granate. Hast du ne Granate? Au! Na da oben. Au! Oh. Ist tot. Ganz knapp an deinem Kopf vorbei, Alter. Der hat mich so gut getroffen. Der Sack. Ich hab keine Granate mehr. Wie ätzend. Oh, Sackomio. Hier kommen sie doch jetzt über der Brücke. Ja. Darf ich auch. Da. Oh. Vorsicht weg von dem Schild. Oh. Ne, unterstützen. Danke. Musst du nach und dran. Ist er tot? Ja. Du bist viel zu langsam hier. Unterstützen. Hab ich jetzt wieder ne Granate? Ne. Oh. Da kommt ein Raketentyp. Danke. Boah. Wiederbelebt und hergestellt. Siehst du? Checkpoints beleben wieder. Ja. Oh mein Gott. Das sind zwei Raketen-Prozis. Einer. Zwei sind dann noch. Vorsicht. Ich seh teilweise absolut nichts, wa? Wenn's so rumraucht. Ach, Basti. Du bist so ein... Weißt du? Manchmal frage ich mich, ob es nicht besser wär, wenn ich... Oh, da hinten. Da hinten im... Tot. Ja. Oh, hier hinten noch. Verdammte Scheiße. Wo kommen die denn her? Boah, ey. Hast du noch Moon? Ne, wa? Ähm. 20 Schuss noch. Unterstützen. Danke. Ich glaube, man muss immer irgendwie halb leer sein und dann gibt's Moon. Hm. Komischer Kram, ey. So. Achtung. Hier sind... Hier sind Melonen. Sehr gut. So, Sperrfeuer kriegst du'n? Yep. 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 Was war das? Von hinten. Moment. Du meinst mal da rum. Hä? Ne, nicht von hinten. Ey, woher kam der denn? Ich weiß nicht. Führe 20 Kopfschüsse aus, hab ich jetzt. Ich hab... Oh, was ist jetzt schon wieder? Ich bin wieder tot, Alter. Alter, die schießen... Was ist mit denen los? Diesmal bin ich wenigstens der mit der Moon. Au! Was? Woher kam denn die Rakete? Ich bin auch fast tot. Ich weiß nicht, woher die Rakete kam. Ich bin fast tot, Alter. Das ist unglaublich. Oh, der steht hier auf dem Dach, Alter. Das gibt's doch nicht. Wie kommt denn so eine Scheiße? Da geh ich jetzt auch hin. Arschloch. Über den Teppich. Ist hier noch wer? Oh Mann, ich schaff das doch nie zum nächsten... Oh, ich hab wieder eine Granate. Ja. Wahrscheinlich ab dem Checkpoint kriegst du eine Granate oder so. Na, wenn man halt vorsichtig vorgeht, dann ist das ja eigentlich kein Problem. Er rennt voll rein. Nope. Oh, der stirbt nicht. Ne. Sind noch zwei. Mhm. Wahrscheinlich auch einer mit Schild oder so. Ne. Sehr gut, dann kann ich einfach randödeln. Oh, hier kommt noch einer mit Schild. Das Ätzende ist halt immer, wenn jemand hinter dir ist. Auf einmal spawnt oder so. Das ist voll komisch. Ich kann halt nach hinten gucken die ganze Zeit. Der Rückschrauber ist unterwegs. Auf Evakuierung vorbereiten. Schiffstrecke kommt. Na los. Oh Gott, da ist auch noch Scharfschütze. Oh, das geht doch nicht. Vorsichtig, komm. Oh shit, ich renne nicht. Na. Diese blöden Schildmenschen. Ja. Weißt du, Schildkröten sind ja schon ätzend. Hinter dir, hinter dir. Da, wo wir herkommen. Nein, er hat dich erschossen. Das gibt's doch nicht. Das ist... Ich liege wieder da mit dem Daumen nach oben. Na gut. Scheiße. Alter, ey. Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Na ja, beim nächsten Mal schaffen wir es. Ja, dann lassen wir die Leute unbefriedigt. Ja. Scheiße. So wie Frauen es allgemein ja auch machen. Ja, eben. Wir haben es nur vorgetäuscht die ganze Zeit. Richtig. Sorry.